So lange man einem anderen irgendwas hineinwerfen kann, ist gut zu geben. Das hätte Fabio gefallen. Ja, glaube ich auch. Oh, und man braucht fast einen Controller. Das ist, glaube ich, erstes Problem. Okay, ihr müsst in der Mitte jetzt fast treffen. Keine Ahnung, was das Ding da vorne macht. Ah ja. Man hätte es auch mal benutzen können. Nein, ich glaube, das ist gut wieder. Ich glaube weniger. Das glaube ich auch nicht. Geronimo! Zu optimistisch war das. Ich will aber beides nicht. Ich will aber beides nicht. Nein! Boah! Wir glauben nicht, dass man da hinten hochkommt. Oh! Nein, du Damm! Was? Kann ich um mich kommen? Ja. Ja. Nein, irgendwie habe ich am Controller eingestellt, dass es... Das ist... Ja, mi, 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 mi. Nein, dass es dem Hauptspiel erfolgt. Oder halt, dem lokalen Spieler folgt. Ich hätte aber gern, dass es... Ja. Ah, ja. Wir haben die Map jetzt entdeckt. So. Oh, na. Ja. Ja. Haha, ist das nichts? Ist das Kacke? Ja, ich habe auch nicht die Duffe getan. Aber ich habe nicht gewusst, dass wir da... Ja. Ich habe gedacht, man bleibt halt eine kurze Zeit klärbar. Aber dass man da... Weniger mit springt, habe ich natürlich auch nicht gewusst. Ich glaube, wir spielen ein bisschen zu viel gegenseit. Nein, nein. Nein, komm, das gibt es ja nicht. Ich muss jetzt für mich da unten irgendwas zum Safen auch nicht tun. Boah! 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 Boah, jetzt habe ich schon gemeint, es hat dich getroffen. Ja, es hat mich auch getroffen, aber genau in dem Moment, wo ich ins Ziel gekommen bin. Boah! Boah! Ich hole dich schon, okay? Okay. Das. Ha! Ich baue Markus auch zum Safen auch nicht. Oh, das ist nicht angekommen. Na, Kopex gibt es echt nicht. Jawohl! Meine Tür hat schon funktioniert. Na. Ja. Ah, Gottes. Ich habe einfach... Ich habe einfach ein Dach durch das Ding. Ja. Dass man da nicht raus springen kann. Oh, irgendwie witzig. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Boah, gerade noch. Boah! 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 Ich habe es auch mal geschafft! Zu einfach! Keine Punkte! Was? Zu einfach! Ne, wenn du alle hinweglaufen, kriegt es kaputt. So! Boah! Ja, das ist ein klein höher! Was ist das von dir? Aha! Ja, das ist... Ist das geil! Das ist richtig genial, das Game. Das macht echt Bock. Na, das ist kacke. Au! Ja, wenn er löst das scheiß Ding aus. Keine Ahnung. Ja, genau, aber... Das ist richtig! Schleifern! Wie hat das Springe in den... ...X-Druck? Und dann... Tschüss Güli! Ah, Mann! Aber weißt du, dass es auslöst, wenn man aufgestaut und der Marco springt einfach wie ein Esel hoch. Oh, tschüss! Yes! Comeback! Ja, es gibt so viele Punkte, Comeback. Eher schon Frechback. Der scheiß Ziel wird super! Wir müssen schauen, dass der Schuss aber schon noch durchgeht. Du kannst ihn so drehen, Vivi. Ja, will ich auch nicht. Hä? Guck mal, waschle! Hä? Achso! Da ist ja die Tür. Achso! Scheiße! Ich hab mich schon vergessen, ich hab mich selber anleggestellt. Oh Mann, ey! Die Tür hat die... Die Tür hat die... Die Tür hat die... die Tür hat eigentlich gefolgt... Ah! Aaaah! Hahaha, ich würde so viel. Ich würde so viel schausten. Hahaha. Jawoll! Tschüss Markus! Das kleine Viereckli hat mich gerade umgebracht. Das spitze Ding da, das sich dreht. Ja genau das könnte ich. Hä, wieso denn eine Indie-Kuh? Oh, we did it! Jawoll, we did it! Ich bin der Beste! Ich bin der Beste für die Welt! Ich bin süß!